Ich bleib zu Hause und verbring die Tage auf der Couch Wie lange das noch geht, langsam frag ich mich das auch Denn obwohl ich nett bin wie King Cole Zieht sich das länger als ein Pink Floyd Intro Also fick Corona Ich bleib daheim und rauche Sticks mit meinem Mitbewohner Mit Blick auf mein Biggie-Poster Ich spuck dir meine Reime vor die Füße Hol du dir ruhig deinen Hack, ich nehm das Beilagen-Gemüse Ich komm mit neuen Bars, von denen du nicht mal zu träumen wagst Unterteilt den 16 wie der deutsche Staat Schreibe Meisterwerke wie Bohemian Rhapsody Du googelst nur noch Doppelreimen und dann Rhapsody Das will keiner hören Und wenn man sich das trotzdem antut Passiert das immer aus Versehen wie ein WhatsApp-Anruf Flieg nach oben, doch guck besser nicht nach unten Denn ich rappe so als hätte ich das erfunden 5, 3 Yo Boys & Girls, das war mein Beitrag zur Battle-Rap-Pandemie von WBG Written Battles Germany Ich nominiere Mars B Rob Skewer Und Falk Ich hoffe ihr habt Zeit, ich hoffe ihr habt Bock Macht irgendwas, irgendwas mit Rap Ihr könnt auch gerne ein Gedicht vortragen oder so Irgendwas Macht auf Beat, macht auf A Cappella Macht, weiß ich nicht, schnappt euch eine Ukulele Ne, das nicht, das nicht Macht irgendwas, keine Ahnung Benutzt eure Wegwerft-Texte, die ihr noch von irgendeinem Battle übrig habt Oder auch nicht Und ja, zeigt uns mal, was ihr so Onbeat drauf habt Rob Skewer zum Beispiel Machen wir vielleicht, weiß ich nicht Ein paar Double-Time-Flow-Passagen oder so Ja man, ein bisschen gegen die Langeweile hier Ja, ich bin gespannt, was alles dabei rauskommt Und ja, bleibt zu Hause hier Lixer Ja, ich bin gespannt, was ihr habt